Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Slime Ranger. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und das Gehege ist immer noch überfüllt. Und ja, heute möchte ich gerne mal große Slimes suchen. Und zwar gibt es hier auf der Welt große Slimes und wenn man die füttert, kriegt man bestimmte Schlüssel. Das gibt natürlich Tore frei, die dann zu anderen Welten führen, wo man dann andere Slimesorten kriegt und wie auch immer. Und das gibt natürlich dann auch entsprechend mehr Geld, weil die anderen Slimesorten natürlich entsprechend mehr bringen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir erstmal hier als allererstes unsere Slimes einmal füttern mit dieser Frucht. Und zwar die Pink Lords verkaufen wir jetzt erstmal und haben wir erstmal ein bisschen Geld. Und damit wir noch mehr Geld kriegen, wie gesagt, mache ich mich heute mal auf die Suche nach etwas... Okay, Erpen brauchen wir hier noch und rote Beete. Ich habe keine Ahnung, wo ich das genau finde. Einfach mal gucken. Vielleicht finden wir das irgendwo hier im Verlauf. Und ja, ich möchte heute eigentlich gerne, wie gesagt, ein Schleim haben, den ich... Hier haben wir die Kiste. Oh, da haben wir rote Beete. Die können wir natürlich anpflanzen. Das ist natürlich richtig cool. Und da auch eine Henne. Und der hat einfach meine Henne gefressen. Das finde ich nicht gut. Nein, das finde ich nicht gut. Der hat meine Henne einfach gegessen. Erstmal ein paar Pink Slimes einsammeln. Okay, haben wir eigentlich genug von. Aber diese Plots brauchen wir auf jeden Fall. Dann dadurch kriegen wir auf jeden Fall mehr Geld. Okay, ich bringe jetzt erstmal die Pink Slimes zurück. Was wollte ich noch sagen? Achso, wegen Outlast. Das kommt auf jeden Fall die nächsten Tage wieder. Das heißt, ich denke mal Dienstag kommt Outlast wieder. Und auch The Forest wird wieder starten. Und ich habe ja geplant, dass ich Periclou auch nochmal neu starte. Wann das aber genau ist, kann ich natürlich nicht sagen. Also Periclou, wie gesagt, das muss nochmal alles überarbeitet werden. Weil da halt einige Sachen aufgetreten sind. Ein paar Fehler. Ich konnte halt nicht aufnehmen und so weiter. Und deswegen habe ich das Projekt halt erstmal stillgelegt. Das geht auf jeden Fall weiter. Und ich starte auch eine komplett neue Welt. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal komplett neu anfangen. Und vielleicht packe ich sogar noch ein paar andere Modifikationen mit rein. Vielleicht klappt das sogar noch besser. Oder, dass wir zum Beispiel ein paar NPCs haben, mit denen wir uns unterhalten können. Also, den Pinkplot packen wir hier nochmal rein. Und was ich noch gerne machen möchte. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Das ist diese Farm. Haben wir hier, hier haben wir ja so. Erstmal hier einen Garten. 250 kostet das eigentlich recht cool. Und ja, da packen wir jetzt rote Beete rein. Und zwar haben wir von der roten Beete nicht viel. Und von den Karotten kriegen wir ja immer wieder was. Ich will heute mal gucken, was da eigentlich noch für andere Slimes sind. Und wie viel Geld die natürlich auch noch bringen. Die verschiedenen Plots von den Slimes. Okay. Das heißt, hier waren wir noch gar nicht so weit. Ich weiß, so weit haben wir uns noch gar nicht rausgetraut. Hier ist noch ein Küken. Das nehmen wir auch noch mit. Da auch noch. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Farm. wo die ganzen Hühntchen und die Küken reinkommen. Ich habe schon eine andere Welt angefangen, wo ich schon ein bisschen was geguckt habe. Wie das alles funktioniert und wie auch immer. Und deswegen weiß ich auch, dass hier große Slimes existieren. Und wie gesagt, ich möchte hier einfach mal gucken, ob ich wieder den Slime finde. Ob ich überhaupt den Ort noch weiß, wo der Slime überhaupt ist. Die blauen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die blauen Slimes. Weil wir natürlich auch noch andere Münzen brauchen, sag ich schon. Andere Plots. Und die explodieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir haben ja nur ein begrenztes Leben. Ich weiß gar nicht. Ja, das lädt sich wieder auf. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Und ja. Hier haben wir noch ein Hühnchen. Da können wir uns aber erst leicht drum kümmern. Und diese Tubby Slimes, die werden wir auch auf jeden Fall nochmal einsammeln. Diese Pink Plots finden wir eigentlich wie Sand am Meer. Die packe ich erstmal raus. So. Und dafür sammle ich diese Tubby Slimes ein. So. Tubby Slimes sind wichtig. So. Die brauchen wir nämlich noch. Die bringen nämlich eigentlich relativ viel Geld am Anfang. Deswegen sammle ich die einfach mal. Den blauen will ich auch haben. Komm her. So. Den Rock Slime. So. Dann haben wir jetzt eigentlich alles geschafft, was ich jetzt für das erste schaffen wollte. Und zwar sind das diese Rock Slimes. Zusätzlich haben wir noch diese Tubby Slimes. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein anderes Gehege haben. Weil die sich sonst mit den anderen Slimes verbinden würden. Und das möchte ich eigentlich ungern. Weil ich möchte keine rosa Tubby Slimes oder Rock Slimes haben. Dann verbinde ich eher die Rock und Tubby Slimes. Die können auf jeden Fall in ein Gehege. Das wäre überhaupt nicht das Thema. Aber ich möchte trotzdem noch getrennte Gehege haben. Dafür brauchen wir aber erstmal Geld. Und das Geld bekommen wir erst, wenn wir noch ein bisschen die Pink Slimes füttern. Beziehungsweise wir haben ja jetzt die Tubby Slimes. Ich weiß gar nicht. Die fressen glaube ich nur Hühnchen. Ich weiß gar nicht, ob die auch die Chicado fressen. Fressen die die Chicado? Nein, die fressen sie nicht. Okay, das ist alles nicht so schlimm. Karotten fressen die, soweit ich weiß, auch nicht. Und die Rock Slimes lassen wir erstmal im Inventar. Weil da haben wir noch gar kein Gehege für. Ich fütter jetzt die hier einfach mal. So. Zack, 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 zack. So. Nein, ich möchte gar nicht das... Mann, ich möchte den Dicken gar nicht haben. Ich möchte die ganzen Plots haben hier. So, jetzt haben wir eigentlich alle Plots. Und mit diesen Plots kriegen wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Geld. Wir haben eigentlich... Da müsste eigentlich noch so ein Plot zwischen sein. So ein Tubby Plot. Und wo der ist, weiß ich gar nicht. Pink Slimes, das mal wieder rein. Komm her, Tubby. Die können da rausspringen. Ich will gar nicht, dass die da rausspringen. Irgendwie. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Plots. Und eigentlich hätten wir... Rein theoretisch so ein Tubby Plot kriegen sollen. So, Tubby, du gehst da wieder rein. Ich möchte nämlich nicht... Und da möchte ich auch nicht, dass die frei rumlaufen. Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Gehege. Wir haben ja hier zwar das Netz drüber. Aber das nützt nicht viel. Gerade bei den Tubby Slimes nützt es wirklich nicht viel. Das heißt, die Tubby Slimes sauge ich einfach wieder ein. Und die packen wir noch nicht hier rein. Wir brauchen nämlich ein R-Netz. Oder wir müssen die Mauer noch vergrößern. Ich werde erstmal die Plots hier reinpacken. Da kriegen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld. Und dann werde ich da hinten auch nochmal ein paar Plots sammeln. Wenn wir das Geld zusammen haben, machen wir auf jeden Fall ein R-Netz. Und dann können wir die Tubby Slimes da reinpacken. Und wenn wir die Tubby Slimes da reingepackt haben, wird als nächstes halt so eine Chop-Farm gemacht. Das heißt, wir können dann Hühntchen züchten. Und diese Hühntchen, die werden nochmal ganz wichtig. Weil nicht alle Slimes Gemüse fressen. Sondern auch einige, ja, Fleisch einfach fressen. Und deswegen wird das noch ganz wichtig. So, ich möchte diese Pink Plots haben. Hier liegen ja eigentlich genug rum. So. Wir können leider nur 20 Stück reinmachen. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Zeit das so ein bisschen vergrößern, den Tank. Dann können wir nämlich 30 da reinmachen. Und ja, diese Rock Slimes, die habe ich... Oh, das sind die Scheißviecher. Geh weg. So. Die packen wir einfach mal weg. So, die habe ich mir auch schon in der anderen Welt gesehen. Und die, wenn irgendwie Slimes falsch fusioniert werden, das heißt, wenn die irgendwie drei Formen haben, statt nur zwei Formen, dann entstehen diese, ja, diese Taras heißen die, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, wie die genau heißen. Auf jeden Fall sind das welche, die die Slimes fressen und zerstören im Grunde und eigentlich gegen uns arbeiten. Und das ist natürlich nicht das Wahre. Wir wollen ja nicht unbedingt gegen die Slimes arbeiten, sondern wir wollen ja mit den Slimes arbeiten. Und das ist natürlich ziemlich wichtig. So, die Pink Plots packen wir hier nochmal in das Ding rein. Und wir brauchen dringend ein Jackpack, weil damit sind wir eigentlich relativ schnell unterwegs. So, die ganzen Plots kommen hier erstmal rein. Da haben wir auch schon fast das Ehrennetz zusammen. Wir können natürlich eigentlich auch die Mauer vergrößern. Das wäre natürlich auch eine Option, dass wir einfach die Mauer vergrößern. Und dann können die Tabby Slimes, soweit ich weiß, nicht mehr rausspringen, weil so hoch können die gar nicht springen. Also, wir brauchen Phosphor-Slimes und wir brauchen Rock-Slimes. Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, verbinden die sich? Vertragen die sich überhaupt? Verbinden die sich? Keine Ahnung. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich, bis jetzt vertragen die sich eigentlich. Ich hoffe, dass die nicht sterben. Ich werde einfach mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall diese Chicado. Die können wir da eigentlich auch mit reinpacken. Wir packen einfach alles in einen Käfig, dass alles irgendwie zusammenkommt. Wurden die gerade gefressen? Ne, wollte ich gerade sagen. Ne, die werden auf jeden Fall noch groß. Das heißt, die können sie fressen. So, wir schlafen jetzt einfach erstmal bis sleep until morning. Okay. Und es ist morgen früh. Das heißt, die Phosphor-Slimes finden wir, glaube ich, nur in der Nacht. So, ich möchte noch ein paar von diesen Pink Plots haben. Die Slimes brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben genug großer Slimes. Die finden wir sowieso wie Sand am Meer hier. Das heißt, die brauchen wir eigentlich gar nicht züchten und eigentlich auch gar nicht fangen. Aber ich habe sie jetzt trotzdem gefangen, weil ich ein paar einfach zu Hause haben möchte. Hier ist noch ein Rock-Slime. Da ist auch noch ein Rock-Slime. Und die brauchen wir auf jeden Fall noch. Die rosa Viecher, die fressen eigentlich alles. Und fusionieren sich eigentlich mit jedem Slime. Und das ist ein bisschen nervig. Weil, äh, manchmal hier auch Slimes rauskommen sollen. Die halt ein bisschen, äh, mehr machen, als nur rosa Slime bringen. Also rosa Plots. Und diese rosa Plots, die findet man wirklich wie Sand am Meer. Das ist, hier haben wir so ein Phosphor-Ding. Das heißt, den Tubby-Slime können wir eigentlich wegpacken. Und erstmal dieses Phosphor-Ding. Wo ist denn... Wo ist denn dieses Phosphor-Teil? Hast du das jetzt gefressen? Nee. Wo ist das denn? Da ist es. Okay, der Phosphor-Plot, den haben wir jetzt auch. Das ist eigentlich recht cool. Und damit gehen wir einfach mal zurück. Okay, wir gucken gleich mal wegen den Tubby-Plots. Da müssten ja auf jeden Fall jetzt einige rumliegen. Wenn die nicht schon kaputt sind. Soweit ich weiß, die spawnen die, wenn man zu oft versucht, die einzusaugen. Und das ist natürlich nicht so das Wahre. Warum sind hier eigentlich so Flipping-Slimes, die all meine Sachen aufessen? Ich möchte das gar nicht. Hört auf damit. Die essen einfach meine rote Beete hier. Das ist... Das finde ich nicht gut. Okay. Wir packen jetzt die Tubby-Plots hier wieder rein. Das bringt natürlich erstmal ordentlich Geld. Ach, das war nur ein Plot, okay. Ja, wenn wir mehrere Tubby-Plots haben, dann können wir auf jeden Fall mehr Geld generieren. Und ja, wie gesagt, mit denen können wir auf jeden Fall... Machen wir auf jeden Fall nichts falsch. Die Pink-Slimes sollen hier wieder rein. Vielleicht hätte ich hier auch nochmal... Hier müsste die Wand eigentlich auch noch einmal erhöhen. Und zwar hier einmal erhöhen. Ach, mir fehlen genau fünf. Das war... Nein, es fehlen genau fünf. Das ist aber immer so. Es fehlt immer nur eine kleine Menge, wenn man irgendwie was machen möchte. Und zwar packen wir die Plots jetzt hier noch rein. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Und dann können wir auf jeden Fall die Mauer ein bisschen vergrößern. Und danach machen wir uns auf den Weg, so einen großen Slime zu suchen. Und diese großen Slimes, die sind nachher wichtig für die Schlüssel, die man bekommt. Und wenn man die Schlüssel bekommt, dann können wir... Du gehst da jetzt wieder rein. So. Und die Schlüssel, die man bekommt. Mann, geht da rein. So. Die öffnen auf jeden Fall andere Tore. Und diese anderen Tore, da findet man auf jeden Fall andere Slimes. Das heißt, wir können andere Arten von Slimes züchten. Und wir können dann natürlich auch mehr Geld generieren. So. Habe ich das jetzt erhöht? Nein, habe ich nicht. So. Da fehlte mir noch ein bisschen Geld. Jetzt haben wir das erhöht. Das heißt, die können nicht mehr ausbrechen. Und können eigentlich auch nichts mehr... Können auch nicht mehr alles wegfressen. So. Ich möchte, wie gesagt, jetzt einen Slime suchen. Ich gucke mal, ob da immer noch ein Slime ist. Da, wo ich es vermute. Und zwar sind hier ganz, ganz viele große Slimes. Die fressen extrem viel. Und wenn die explodieren, dann kommt da immer irgendwas Cooles bei raus. Das heißt, da kommen irgendwelche Kisten bei raus. Oder da kommen Hühnchen raus. Oder irgendwelche seltenen Plots oder sonst irgendwas. Irgendwas kommt da auf jeden Fall immer raus. Was ist... Ich möchte das haben. Ich möchte das... Nein. Es ist weg. Es ist weg. Keine Ahnung. Ich wollte es auf jeden Fall eigentlich haben. Und diese Viecher gehen mir jetzt so auf den Sack schon wieder. Warum müsst ihr eigentlich alle durcheinander... euch fusionieren? Geht doch mal weg. Und den auch. Den will ich nicht haben. So. Geht weg. Alle durcheinander hier. Ihr könnt euch doch nicht einfach wild irgendwie paaren. Das könnt ihr nicht machen. So. Die Hühnchen brauchen wir auch. Und die Pogo-Früchte brauchen wir nachher auch. Weil, wenn wir den Großen finden sollten, dann müssen wir den auf jeden Fall füttern. Und wenn wir den füttern wollen, dann... Nein. Ich möchte die gar nicht haben. Geh weg. So. Genau. Ich vermute... Da sehe ich ihn gerade. Da hinten ist der Slime. Und zwar der etwas größere Slime. Hier können wir nämlich lang gehen. Und dann sehen wir auch den Slime. Und den müssen wir halt füttern. Und da kriegen wir dann sicherlich auch einen Schlüssel raus. Es sind nicht alle... Also man kriegt nicht aus allen einen Schlüssel raus. Aber aus einigen kriegt man einen Schlüssel raus. Und wie gesagt, die muss man füttern, damit die immer größer werden und immer größer. Und irgendwann platzen die. Und dann gibt es auf jeden Fall immer bunte Sachen, die man da rausholen kann. Hier sind auch noch ein paar Früchte. Die pflücken wir auch nochmal. Und dann füttern wir ihn weiter damit. Ich weiß natürlich nicht, wie viel der heute noch frisst. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass wir den heute noch zum Platzen bringen. Und den Schlüssel bekommen. Und wenn wir den Schlüssel bekommen haben, gehen wir auf jeden Fall nächste Folge in ein Tor rein. Und wenn wir in ein Tor reingehen sollten, dann finden wir auf jeden Fall neue Slimes. Also, die Hühnchen, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch zum Füttern. Und wie gesagt, wir brauchen noch Früchte. Die Früchte müssen wir hier irgendwo finden. Ich weiß, dass hier noch welche sind. Und wir finden bestimmt auch noch ein paar Karotten. Und mit den Karotten können wir die natürlich auch richtig, richtig gut füttern. Das Problem ist, dass hier so ein bisschen die Ausdauerleiste ein bisschen wenig ist. Man kann das Ganze verstärken. Das ist nachher dann überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, es reicht völlig nachher mit der Ausdauerleiste aus. Aber am Anfang ist es halt sehr, sehr nervig, weil die wirklich ständig leer ist. Und man die ganze Zeit warten muss, bis man wieder neue Energie bekommt. Hier kommt übrigens auch was raus, wenn man diese Sachen zusammenfängt. Dann kommt hier eine Kiste raus. Und in diesen Kisten sind dann immer lauter bunte Sachen. Wenn wir genug zusammen haben, werden wir auf jeden Fall nochmal da hingehen. Und wir werden da hinten in die Höhle reingehen. Da vergrößert man auf jeden Fall seine Rage. Und das sind auch vielfälle Möglichkeiten. Weil da hinten in der Höhle, es gibt ja welche, die nur nachts unterwegs sind. Die sind natürlich in der Höhle. Und hier sind auch noch ein paar, was da genau hinkommt, weiß ich nicht. Da kann man meinetwegen Farms reinmachen. Das heißt, solche Garten, wie ich da hinten schon gemacht habe. Und ja, das kann man... Ihr sollt ja nicht rüberhüpfen. Bleibt drin. Ich wollte jetzt die Früchte sammeln und wollte den nochmal füttern. Wie gesagt, diese Folge habe ich auf jeden Fall vor, dass der platzt. Und wenn er geplatzt ist, dann kriegen wir, wie gesagt, den Schlüssel. Und nächste Folge gehen wir dann in die Höhle rein. Wir brauchen wirklich eine ganze Menge, weil diese Viecher sehr, sehr viel fressen. Also man muss da wirklich am besten alle vier Leisten voll haben, nur mit Essen. Und dann platzen die auch. Dann ist das überhaupt kein Thema. Da oben sind noch Früchte, die brauchen wir auch noch. Und ich gucke da hinten auch gleich nochmal, ob da noch Früchte sind. Weil wir brauchen wirklich jede Frucht, die wir kriegen können. Damit das Ding auch wirklich platzt. Und da oben ist noch ein Huhn, das möchte ich auch gern haben. Nein, 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 nein. Nein, das war meine Karotte, die möchte ich gerne haben. Weil ich den anderen da füttern möchte. Das versteht ihr doch. Das können wir nicht machen. Und ja, hier gehen wir auch auf jeden Fall nochmal rüber. Und ja, hier haben wir noch einen zweiten Slime. Das ist auch ein großer Ding. Den können wir aber nur mit Hühntieren füttern, weil die Tubby Slimes nur Fleischfresser sind. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Hühntier. Das können wir aber später machen und die tun mir weh. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte meines Lebens. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal zu dem rosa Slime. Und dieser rosa Slime ist hier vorne war der. Naja, hier vorne war der rosa Slime und den füttern wir jetzt so lange durch, bis der endlich platzt. Das dürft ihr natürlich nicht im echten Leben machen. Wenn ihr ein Haustier habt oder sonst irgendwas, dürft ihr das natürlich nicht überfüttern. Aber ich möchte den hier in dem Spiel jetzt überfüttern. So, frisst ganz viel. Die fressen aber auch eine ganze Menge, ne? Also da kann man... Ah, jetzt hat das. Okay. Da haben wir ganz viele Münzen. Das ist cool, das ist cool. Ganz viele Pink Slimes. Und hier haben wir noch eine zweite Kiste. Die nehmen wir natürlich auch, machen die auch noch kaputt. Und da haben wir einen Phosphor Slime. Chicado können wir wegmachen. Phosphor Slime können wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Rote Beete haben wir ja jetzt eingesammelt. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben eigentlich alles erreicht, was wir in dieser Folge erreichen wollten. Das heißt, den Schlüssel, den haben wir auf jeden Fall bekommen. Und da können wir nachher über diese Brücke, die ihr da hinten gesehen habt. Das heißt, ich habe euch ja die Brücke gezeigt da hinten. Da, diese Brücke. Wenn wir hier aber rüber gehen, dann spawnen hier böse Slimes, die einen angreifen. Und das möchte ich natürlich noch nicht haben, weil wir noch nicht stark genug sind. Aber wir werden auf jeden Fall nächste Folge da uns irgendwie vorbeischleichen. Und werden dann darüber gehen und neue Slimes fangen. Damit würde ich sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, gib doch einfach mal einen Daumen nach oben. Schreib mir unten in die Kommentare, was für Slimes du hinter dem Tor erwartest. Und wenn du keine Folge Slime Ranger mal verpassen möchtest, dann kannst du hier unten abonnieren. Schau, Leute!